Musik Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Akinator. Weil der letzte Teil so unfassbar gut angekommen ist, spielen wir heute ein weiteres Mal unseren lieben Akinator. Und als erstes suchen wir nach Monta Black, a.k.a. Monte. Figur, genau. Ist deine Figur weiblich? Äh, nö. Wohnt deine Figur in Deutschland? Äh, wohnt Monte in Deutschland? Ich glaube, ich glaube schon, aber ich weiß es nicht. Trägt deine Figur Schuhe? Äh, ja, hoffentlich mal. Gibt's deine Figur in Wirklichkeit? Ja. Ist deine Figur deiner? Ja. Deine Figur deutscher YouTuber? Ja. Zeigt sich deine Figur? Ja. Macht deine Figur Minecraft Videos? Nein. Wird deine Figur auch Decklampen-LP genannt? Nein. Hat deine Figur eigene Lieder rausgebracht? Nein. Macht deine Figur Videos über Videospiele? Ja. Nein, jetzt habe ich Nein gedrückt. Nein. Trägt deine Figur einen Bart? Nein. Hat deine Figur drei Buchschap? Nein. Ist eine Figur dick? Nein. Geht deine Figur? Nein. Ja. Nein. 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 Nicht Paluten. Nein. 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 Mh... Nee. Okay, das war wohl nichts. Äh, wir machen drei. Jetzt suchen wir mal nach Shorty. Schwarzhaare. Schwarzhaare? Nein. Strähn... Nein. Comedy auf YouTube? Ja. Nein. Nicht Stunrix. Klasse. Nein. Eine Million Abonnenten. Muss ich gerade wirklich mal gucken. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Schüdi. Schordi. Schordi. Nee, Schordinator. Sorry. Nee. Nein. Nein, er ist doch nicht dick. Nein. 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 Lockiges Haar. Ja. Nein. Nein. Ja. Ja. Nein. Nein. Family Dinner. Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Wahrscheinlich nicht. Katzen. Weiß ich nicht. Nintendo. Nein. Lumex. Nein. An wen denkst du? Knusper Toast. Malte. Malte. Die Schweineboy? What? Hm. Tatsache. Bravo. Sie haben mir eine Falle gestellt. Gut. Als nächstes der gute alte Manuel. German. Let's play. Ist deine Figur weiblich? Nein. YouTube? Ja. Minecraft Videos? Ja. Hat deine Figur einen Hausschwein namens Edgar? Nein. Er macht aber Videos. Zeigt sich deine Figur? Nein. Super Mario Maker? Weiß ich nicht. Justin Bieber? Nein. Gehört ihre Figur zum Freedom Squad? Ja. Tree Glocks? Nein. Maske? Ja. Witz? Oh ja. Ja. Jeremy Let's Play. Okay. Wie lange geht die Aufnahme? 4 Minuten. Ich glaube, einen schaffen wir noch. Ähm. Was können wir denn mal nehmen? Puh. Kennt der Akinator, ähm... Dom Tendo. Nehmen wir mal Dom Tendo. Nein, er ist nicht aus meiner Familie. Weiblich? Nein. Kann deine Figur Deutsch? Ja. Videospiele? Ja. Nein, es ist nicht Paluten. Immer noch. Ja, er hat einen Kleinbart. Brille? Nein. GDA 5? Nein. Roblox? Nein. FIFA? Nein. Fortnite? Nein. 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 Ja. Äh, ja. Juli? Nein. Ja. Aha. Jo. Geiles Bild. Aber, ja. Er ist es. So. Dann würde ich mal spontan sagen, das war's mit dieser Folge von Minecraft... Nein, das war falsch. Dann würde ich sagen, was das mit dieser Folge von Akinator. Wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne einen Like da. Würde mich mega über ein Abo freuen. Lasst auch ein Abo bei Malte Wegmann da. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.